Was geht denn ab? Der Markt kann meine Schmerzen auch nicht lindern. Ach Mann, oh der Arme. Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ach du Scheiße, wieso hänge ich denn hier? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Chat. Die Bundesregierung löst sich jetzt scheinbar auch noch auf. Nicht nur genug, dass Trump jetzt gewonnen hat. Nein, die Bundesregierung scheint sich aufzulösen. Und da ich ja die Notwendigkeit sehe, politische Bildung zu betreiben, meine Freunde, schauen wir uns doch mal ganz kurz gemeinsam das neue Mr. Whison-To-Go-Video an. Es kracht komplett in dieser Welt. Das Einzige, was konstant ist, ist, dass Craft-Attack seit zwölf Jahren am Start ist. Sonst ist hier wirklich gar nichts mehr im Lot. Wir gehen rein. Auf geht's. Es war, wenn man so will, der ganz persönliche Hold-My-Beer-Moment von Bundeskanzler Olaf Scholz. Alter. Gestern Abend, um 19.30 Uhr, als die ganze Welt noch auf die USA schaut und auf den neu gewählten Präsidenten Donald Trump tritt Olaf Scholz vor die Presse. Und er verkündet dort de facto das Aus seiner Regierungskoalition. Das ist so verrückt, Chat, das ist so verrückt. Gleich in der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen, damit der Bundestag am 15. Januar darüber abstimmen kann. So können die Mitglieder des Bundestages entscheiden, ob sie den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen. Das ist so krass. Das ist so krass. Vielleicht kriegen wir die Neuwahl, wenn im Herbst überhaupt oder vielleicht sogar mit Auslaut der Legislaturperiode. Das ist ja alles noch nicht ganz klar. Regierung ist es vorbei. Was sind die Hintergründe? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter? Darum geht's jetzt. Das ist halt so ein ungünstiger Zeitpunkt für Neuwahlen, weil wir werden auf jeden Fall halt wahrscheinlich eine Koalition der Union und der FDP eventuell sehen. Schwarz-Grün, weiß ich nicht, ob das zustande kommt. Wahrscheinlich würde es einfach wieder eine Unionsregierung werden. Worst, worst case, haben wir die Blauen noch da sitzen, Alter. Also, ja mein Digga, es kracht. Es kracht. Bündnis Sarah Wagenknecht ist auch noch ein Case, der eventuell gemacht werden kann. Aber zum Glück, meine Freunde, zum Glück, meine Freunde, ist in der USA nicht ein Vergewalt... Oh, warte mal, Moment. Ich befürchte, es wird schwarz-blau. Das glaube ich nicht. Ich glaube, eine GroKo ist auch relativ unwahrscheinlich. Ich fände es halt geil, wenn Pistorius ins Rennen geschickt werden würde. Aber das ist ja alles Zukunftsfusik, Chat. Wir können ja jetzt in den Mußmaßen. Wir schauen mal rein hier. ... der Regierungskoalition in Deutschland. Das ist ein Thema, bei dem sehr viel Bewegung drin ist. Deshalb, wie immer, an dieser Stelle der Hinweis. Aktuelles gibt es über den Live-Blog, den ich unten in den Kommentaren verlinkt habe. Ich nehme dieses Video hier am frühen... CDU und AfD, wäre so schlimm. ...donnerstagmorgen auf. Es bildet also den Stand zu diesem Zeitpunkt ab. Und wie immer gibt es die Frage, was ist passiert? Passiert ist etwas, das viele Beobachter gar nicht so sehr überrascht hat. Höchstens der Zeitpunkt kam überraschend. An dem Tag, an dem klar war, Donald Trump wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Ein Video dazu findet ihr oben auf dem i verlinkt. Tritt Olaf Scholz, der Bundeskanzler, abends vor die Presse und verkündet das aus seiner Regierungskoalition. Der Ampel. Bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Olaf Scholz sagt in diesem Statement, ich habe Frank-Walter Steinmeier gebeten, Christian Lindner, den Finanzminister und Chef der FDP, zu entlassen als Minister. Das ist so krass, oder? Die FDP scheidet aus der Regierung aus. Kurze Zeit später haben die drei anderen FDP-Minister dann auch ihren Rücktritt bekannt gegeben. Olaf Scholz war das sicherlich bewusst. Das heißt also, die Regierung ist nicht mehr die Regierung, wie wir sie bisher kannten. Sie besteht jetzt nur noch aus SPD und Grünen und hat keine Mehrheit mehr. Jetzt muss man aber dazu sagen, wenn man jetzt ganz böse ist, was hat die FDP denn gemacht, außer zu blockieren? Jetzt ist ja da die Frage, welche sinnigen Reformen hat denn die FDP in dieser Regierung jetzt auf den Weg gebracht? Und ja, die hatten da sicherlich eine gute Zeit, aber das war's. Also da wurde nicht viel gemacht, außer eigentlich alles, was eventuell ein bisschen progressiver gewesen ist, zu blockieren, um den letzten Fang an Wählern noch zu halten. Feinlicherweise. Im Bundestag. Die Schuld dafür sieht Bundeskanzler... Wir wollen Mietpreiserhöhungen, so. Olaf Scholz in einem vorbereiteten Statement, das er vom Teleprompter abgelesen hat, eindeutig bei FDP-Chef. Es wird in die Richtung CDU, CSU gehen und folgende Wahl wird es in Richtung Blau gehen, weil eine Partei nach der anderen scheitert. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, aber klar, man merkt diesen krassen Rechtsruck. Es gibt aber auch schon wieder Länder, die sich davon losgesagt haben und gemerkt haben, hm, weiß ich nicht, ist es doch nicht. Ja, also ich hab das Gefühl, dass alle Demokratien gerade nochmal einen kleinen Wake-up-Call brauchen, einmal durch die Scheiße gehen müssen gemeinsam, um zu verstehen, dass eventuell demokratisch Basisparteien dann vielleicht doch das bessere Ding für eine funktionierende Demokratie sind. Christian Lindner. In für Scholz ungewöhnlich scharfen Worten verurteilt er Lindners Verhalten. Er sagt, Lindner würde das Wohl der Partei über das Wohl des Landes stellen. Lindner hätte Vorschläge gemacht, die so nicht mit ihm zu machen seien und die nicht mit seiner Vorstellung von Politik zu vereinbaren seien. Er spricht von einem respektlosen Verhalten. Bundesminister Lindner hat ultimativ und öffentlich eine grundlegend andere Politik gefordert. Milliarden, schwere Steuersenkungen für wenige Spitzenverdiener und zugleich Rentenkürzungen für alle Rentnerinnen und Rentner. Und einen kompletten Sparkurs in der Zeit, in der Investitionen nicht wichtiger sein könnten. Das war alles leider nicht so zeitgemäß und Politik für einige wenige. Das ist nicht anständig, das ist nicht gerecht. Der Angesprochene wiederum sieht das naturgemäß ganz anders. In einem Statement kurze Zeit später sagt Christian Lindner, die Schuld liege bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Er sei führungsschwach, ihm sei es nicht gelungen, die Koalition zusammenzuhalten. Und zum endgültigen Bruch sei es gekommen, als Olaf Scholz gestern von ihm verlangt habe, die verfassungsmäßig vorgesehene Schuldenbremse auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Deshalb ist es witzig, dass Sie beide auf Ihren Amtseid so berufen. Hat der Bundeskanzler in der Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt. Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition. Von seiner Partei bekommt Christian Lindner dabei volle Rückendeckung. Der FDP-Chef habe genau richtig gehandelt. Er sei seinem Gewissen gefolgt und die Schuld liege bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Das klingt alles wie eine große Explosion aus dem Nichts. Aber ganz so ist es nicht. Es gibt eine Vorgeschichte und genau die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Was sind die Hintergründe? Ganz grundsätzlich kann man sagen, die Ampelkoalition hat nicht erst seit gestern gestritten oder seit der vergangenen Woche, sondern schon seit Jahren. Im Prinzip seit ihrem Bestehen. 2021, mitten in der Corona-Pandemie, kam die Ampelkoalition ins Amt. Bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Also er war damals schon nicht zufrieden damit, aber er wollte halt unbedingt regieren. Naja, er ist glaube ich die Hassgestalt von vielen Leuten, was ich nicht ganz stecke. Ich finde viele Takes hier hat gar nicht so verkehrt. Aber er ist einfach nur da. Den Koalitionsvertrag habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und schnell hat sich gezeigt, die drei Parteien sind teilweise ganz unterschiedlich, was ihre programmatische Ausrichtung angeht. Insbesondere die FDP ist immer wieder ausgeschert. Da gab es großen Streit um die Schuldenbremse, die jetzt ja auch ein Thema war. Grüne und SPD sagen, man könne die Schuldenbremse ja auch mal aussetzen, auch wenn sie im Grundgesetz stehe. Die FDP ist strikt dagegen. Da gab es große Probleme mit dem Bundeshaushalt und die Frage, wie bekommt man es hin, verschiedene Löcher im Haushalt zu stopfen. Aber es gab auch Streit in anderen Bereichen. Zuletzt ging es um die Frage, wie schaffen wir es, aus der wirtschaftlichen Krise herauszukommen. Da gab es Gipfel bei Olaf Scholz, es gab einen Gipfel bei Christian Lindner. Das war nicht miteinander abgesprochen. Es gab ein Positionsplan. Glaubst du, GroKo ist wahrscheinlicher als Schwarz-Grün? Also wenn wir nochmal eine GroKo bekommen, Chad, dann rasiere ich mir den Kopf. Ich habe keine Ahnung. Es ist gerade unpredictable. Wir wissen nicht, was Bündniswahrer Sarah Wagenknecht macht. Die haben zumindest auf Bundesebene, sage ich mal, gute Zahlen. Ob das jetzt auch auf Bundeslandebene, ob das jetzt bundesweit auch so aussieht, weiß man nicht. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie halt die Wahlergebnisse sind. Die GroKo ist nicht unwahrscheinlich, aber die GroKo ist die Große Koalition. Große Koalition zwischen der Großen SPD und der Union, also CDU und CSU im Bündnis. Die SPD, ja, ich weiß nicht. Also wenn die SPD Pistorius ins Rennen schicken sollte, was ja ein Case wäre, dann hätten sie zumindest jemanden, der wieder ein bisschen Kante und Charakter hat im Rennen. Aber naja, wir werden sehen. Bündnis Sarah Wagenknecht ist viel zu Russland nah. Das sehen leider die Leute, die die wählen, aber nicht so, mein Lieber. Das ist das Problem. Ich kenne nur GroKo-Boss und der Street-Minecraft, genau. Wirtschaftsminister Robert Habeck und dann gab es ein Papier von Christian Lindner, das komplett gegen die eigene Regierung geschossen hat und das hat immer wieder für Streit gesorgt. Bundeskanzler Olaf Scholz weiß in seiner Stellungnahme deshalb auch darauf hin, dass die Vorstellungen von Politik, die die FDP habe, die... Ich will den Olaf Scholz von der Rede von gestern als Kanzler behalten. Das hat gewirkt wie so ein wacher Moment kurz, aber ja. Der Vorsitzende Christian Lindner habe, sich grundsätzlich von den Vorstellungen von Olaf Scholz unterscheiden würden. Und offenbar sehen die Grünen es ähnlich, denn die Grünen wollen weitermachen mit der SPD. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Das heißt also ein lange anhaltender, ein lähmender Streit. Und auf der anderen Seite ist es der Ampel-Koalition auch nicht gelungen, die großen Probleme anzugehen, die es im Land gibt. Die wirtschaftliche Situation, Themen wie Migration oder eben auch der Bundeshaushalt. Und deshalb sieht Olaf Scholz jetzt aus seiner Sicht... Ja, die haben halt auch einen riesigen Haufen Scheiße von der Union übergeben bekommen. Das darf man nicht vergessen. Also es war halt die ganze Zeit, ich sage es immer wieder, die Ampel musste die ganze Zeit nur Brandherde löschen, Krisenmanagement betreiben. Eine kaputtgesparte Bundeswehr in sehr, sehr tumulten Zeiten irgendwie managen. Eine Migrationspolitik, die viel zu durcheinander gewesen ist, wenn man das so sagen möchte. Managen, eine kaputten Corona-Politik noch beenden und einen kaputtgesparten Haushalt noch irgendwie übernehmen. Also es wurde ja der Ampel-Regierung, sage ich mal, der Ampel-Koalition, wurde ja ein riesiger Haufen Scheiße übergeben. Und dann kam aus Ecken der CDU natürlich eine ganz, ganz krasse oppositionelle Stimme, die halt gesagt hat, ihr seid schuld daran. Und das finde ich halt krass, dass viele Leute den Blick in die Vergangenheit nicht wagen und sehen, warum denn die Ampel zum Teil gescheitert ist. Nicht komplett, ja, nicht nur, weil die CDU eine scheiß Vorarbeit hatte, aber es gab halt einfach eine beschissene Vorarbeit. Es ist wirklich krass. Und viele Leute wagen halt nicht den Blick in die Vergangenheit und sagen, mein Gott, die Ampel, die ist schlecht und böse. Und ja, aber das, was davor ist, nun mal, hat ja auch damit beizugetragen. Aber gut. Die Reißleine und sagt, so kann es nicht weitergehen. Die SPD war 16 von 12 Jahren mit dabei, vergiss das bitte nicht zu erwähnen. Das ist wohl wahr, Bürgergeld-Fan, da hast du recht. Und damit entspricht er auch dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Aber Leading Union. Fragen, die immer wieder darauf hingedeutet haben, dass die Mehrheit der Bevölkerung ein Ende der Ampel haben möchte. Streit, keine großen Themen anpacken, das ist das eine. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, dass die Ampelkoalition in einigen Bereichen sogar erfolgreich war, aber dass es nicht gelungen ist, diesen Erfolg in die Koalition selbst hereinzutragen. Ja, oder halt diese Erfolge nach außen als Erfolge zu verkaufen. Also es gab halt ein paar sehr, sehr gute Takes und gute Gesetzgebungen, die sicherlich sinnvoll gewesen sind. Die waren aber wieder so kompliziert und so schlecht kommuniziert, dass die letztendlich keiner wirklich mitbekommen oder gefeiert hat. Denn schon zur Halbzeit hatte die Ampelkoalition laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Uni Trier und einem linksliberalen Think Tank rund zwei Drittel der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag entweder umgesetzt oder begonnen, das umzusetzen. Inzwischen dürfte die Zahl sogar noch höher sein. Aber man hat an vielen Stellen offenbar nicht die richtigen Prioritäten gesetzt und man hat es nicht geschafft. Kefi, kefi, legal ist doch supi. Ja, aber ob das so bleibt. Ich glaube nicht, dass das zurückgenommen wird. Davon gehe ich nicht aus. Vielleicht kriegen sie es ja hin, dieses Gesetz in eine vernünftige Bahn zu gießen. Einsam zu arbeiten. Schauen wir mal. Ich glaube, Leuten wieder was wegzunehmen, das funktioniert in den seltensten Fällen. Ich glaube, das wird nicht klappen. Wieder gegeneinander gearbeitet. So viel also zu den aktuellen Entwicklungen und zu den Hintergründen. Aber die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht, ist, wie geht es weiter? Ja, zunächst mal muss man sagen, Olaf Scholz hat angekündigt, dass er als Bundeskanzler weitermachen möchte und dass er in der Regierung auch weitermachen möchte mit den Grünen. Nur eben ohne die FDP. Wie gesagt, die FDP-Minister sind zurückgetreten. Das heißt, es müssen Ministerämter neu besetzt werden. Unter anderem das Ministeramt des Justizministers und das der Bildungsministerin. Und natürlich das des Finanzministers. Das muss jetzt passieren. Und gleichzeitig braucht Olaf Scholz Mehrheiten im Bundestag. Denn ohne die FDP gibt es diese Mehrheiten nicht mehr. Olaf Scholz hat deshalb in seinem Statement gesagt, dass er das Gespräch suchen würde mit Friedrich Merz, dem Oppositionsführer und Chef der CDU und dass man gemeinsam die wichtigen Themen angehen wolle und das noch bis Ende des Jahres. Da soll es um Rente gehen, um den Bundeshaushalt und um andere Themen, die man gemeinsam durch den Bundestag bringen wolle. Dann solle es Mitte Januar, am 15. Januar, die sogenannte Vertrauensfrage geben und die solle dann im März zu Neuwahlen führen. Aber was bedeutet das, die Vertrauensfrage? Die Vertrauensfrage ist ein Instrument, mit dem sich der Bundeskanzler vereinfacht gesagt, die Rückendeckung seiner Regierung zusichern kann. Wenn es zum Beispiel strittige Themen innerhalb der Koalition gibt, kann der Bundeskanzler im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und sich dann von seiner eigenen Regierung, von seiner eigenen Regierungskoalition das Vertrauen aussprechen lassen als Symbol gegenüber zum Beispiel der Opposition. Ich habe hier weiterhin die Macht und ich habe weiterhin das Vertrauen meiner Koalition. Man kann diese Vertrauensfrage aber auch anders... Ich frage mich, warum es im Januar gibt es im Bundestag eine gute Weihnachtsfeier? Ich glaube, vor Weihnachten werden solche Sachen einfach nicht geklärt. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, dass man das dann lieber ins neue Jahr schiebt, ne? ...einsetzen. Nämlich um sich sozusagen... Plus wahrscheinlich Weihnachtsurlaube und so weiter und so fort. Ich kann es euch nicht sagen. ...das Misstrauen aussprechen zu lassen. Wenn man keine Mehrheit bekommt, dann heißt das, der Bundeskanzler genießt nicht mehr das Vertrauen seiner eigenen Regierung und dann kann das der erste Schritt sein, um Neuwahlen einzuleiten. Genau das ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schon einige Male passiert. Willy Brandt hat das so angewandt, Helmut Kohl und auch Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler für die SPD, hat die Vertrauensfrage sogar gleich zweimal gestellt. Einmal wollte er das Vertrauen ausgesprochen bekommen, das hat auch geklappt. Da ging es um den Einsatz der Bundeswehr im Ausland. Und einmal wollte er explizit das Vertrauen nicht ausgesprochen bekommen. Auch das hat geklappt im Jahr 2005. Das hat eine Neuwahl eingeleitet, die Gerhard Schröder letztlich dann aber verloren hat. Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin, die SPD-Junior-Partner in einer großen Koalition. Gerhard Schröder hat danach kein politisches Amt mehr innegehabt. Also jetzt nicht in Deutschland. Der hat, sag ich mal, schon noch ein Amt innegehabt. Allerdings in vielleicht anderen Ländern oder als... Naja, na egal. Ist ja also... Ich glaube nicht als Politiker letztendlich, aber ja. Aber ja. Ist also diese Vertrauensfrage... MrWissen2go kommt mir auch sehr scripted vor. Black Girl, ist das wirklich so? MrWissen2go kommt dir scripted vor? Hm, lass uns mal kurz überlegen. Vielleicht liegt das daran, dass der Typ einen Haufen Informationen eventuell einfach gerade vorträgt, die man sich eventuell nicht alle merken kann. Und dass ein gewisses Skript für politische Themen und solche Sachen vielleicht nicht verkehrt ist. Und dass es vielleicht gar nicht schlecht ist, sich darauf vorzubereiten, wenn man solche wichtigen und hochsensiblen Themen vorträgt. Könnte sein. Kann aber auch sein, dass die geheime Erdregierung ihn in den Kopf indoktriniert, was er zu sagen hat. Weil die Hohlerde von innen von den Nazis bewohnt wird. Und die natürlich sagen, was er zu sagen hat. Kann alles sein. Weiß ich nicht. Um eine neue Wahl einzuleiten, die gab es schon einige Male. Es gab auch Verfassungsklagen. Das Bundesverfassungsgericht hat geprüft, ob das zulässig ist. Und hat letztlich entschieden, ja, das ist zulässig. Man kann das so machen. Es ist zwar nicht unbedingt vom Grundgesetz her per se so vorgesehen. Aber als Instrument kann man das durchaus nutzen. Und genauso wie seine SPD-Vorgänger Willy Brandt und Gerhard Schröder möchte Olaf Scholz es auch handhaben. Am 15. Januar will er die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. Er möchte sie sozusagen verlieren und damit für eine Neuwahl im März sorgen. Und eventuell könnte sich hier Geschichte wiederholen. Denn wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, dann läuft vieles auf eine große Koalition hinaus mit einem Juniorpartner SPD. Und da sind wir wieder, Chad. Das ist hier so gruselig, Mann. Das ist so gruselig. Das hier nicht, aber das hier ist so gruselig. Das hier ist so schlimm. Am Ende dieser Wahl könnte es also wieder eine große Koalition geben. Und Oda Scholz könnte nicht mehr Bundeskanzler sein. Aber das ist jetzt schon sehr viel Spekulation. Und wir sind damit auch direkt bei der nächsten Frage. Nämlich, wie sehen die Reaktionen aus? Weil diese Entwicklungen noch ziemlich frisch sind und sich das Wesentliche am späteren Abend gestern abgespielt hat, gibt es noch keine großen Statements von Vertretern anderer Parteien. Die sind im Laufe des Tages zu erwarten. Aber man sieht schon, in welche Richtung es gehen könnte, wenn man sich... Ich bin... Ich frage mich einfach nur wieder, was macht gerade die AfD und was sagen die dazu? ...sich zum Beispiel die Posts bei Ex früher Twitter anschaut. Zum Beispiel von Markus Söder, dem Chef der CS... Die Ampelis-Geschichte. Jetzt darf keine Zeit mehr verloren werden. Deutschland braucht rasch Neuwahlen und eine neue Regierung. Taktische Verzögerung darf es nicht geben. Die Vertrauensfrage muss sofort und nicht erst im nächsten Jahr gestellt werden. Damit können Neuwahlen sogar noch im Januar stattfinden. Markus Söder fordert, dass es die Vertrauensfrage nicht erst im Januar gibt, sondern schon jetzt. Und damit ist er einer Meinung mit Alice Weidel von der AfD... Na Mensch, dass die beiden einer Meinung sind, das ist ja verrückt. Also das ist ja... Das ist nicht das einzige Thema, wo sie einer Meinung sind. ...kandidatin der AfD, sie sagt genau das Gleiche. Ähnlich sehen es auch einzelne Vertreter anderer Parteien. Und dann gibt es aber wiederum auch viel Zustimmung für diesen Schritt von Olaf Scholz. Da heißt es dann, das sei lange fällig gewesen. Gut, dass diese Regierung jetzt vor dem Ende stehe und dass es eine Neuwahl gebe. Mende des Batschi als Bundeskanzler. Ich will mehr mit Göker. Allerdings gibt es auch immer wieder den Tenor, es dauere noch zu lang. Und tatsächlich, es sind noch ungefähr fünf Monate, wenn dieser Plan denn aufgeht, bis dann wieder neu gewählt wird. Das heißt also, die Regierung, wie wir sie bisher kannten, SPD, Grüne, FDP, die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Minister mehr von der FDP. Es müssen jetzt Ministerämter neu besetzt werden für die kommenden Wochen. Mehr nur wie ein Fröhlich als Außenminister. ...und Monate. Und dann gibt es eben Schritt für Schritt diesen Weg hin zu einer Neu... Wenn die Kiffen verbieten, wandere ich aus. Das sind nämlich die wichtigsten Punkte in unserem Land. Freunde, es ist egal, wie es wirtschaftlich steht, was die Migrationspolitik macht, ob wir einen eventuell nach wie vor schwebenden Konflikt auf dem europäischen Kontinent haben. Wenn das Kiffen verboten wird, wenn das Kiffen verboten wird, Freunde, dann reicht's. Dann hat die Deutschland GmbH für mich Feierabend. Dann melde ich mich ab. Dann melde ich mich ab. Alles andere ist egal. Hauptsache, ich darf in Ruhe meine verfickte Bong an meinem verfickten Fliesentisch rauchen. Das ist es. ...wahl, die eventuell im März stattfinden wird. Danke, dass ich deinen Rücken habe, Bruder. Immer, immer. ...eventuell auch zu einem anderen Zeitpunkt. Das wird sich jetzt dann im Laufe der nächsten Zeit noch zeigen. Ein bisschen unter dem Radar ist gestern noch etwas anderes passiert. Eine weitere Entwicklung, die für Fragezeichen und eventuell ja auch für eine Neuwahl sorgt. In Sachsen gab es Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und BSW und diese Koalitionsverhandlungen sind gescheitert. Wie es jetzt weitergeht, ist noch völlig offen. Ach gut, also, dass das mit der Bündnis Sarah-Wagenknecht-Partei vielleicht nicht funktioniert in Sachsen... Na Mensch, ich hab das Gefühl, so blöd es klingt, die Sachsen müssen einmal kurz lernen, wie scheiße es ist, die AfD in der Regierung zu haben. Und dann gehen sie mal da durch die Scheiße durch für vier Jahre und dann ist das Ding durch. Auch das wird sicher interessant sein. Mehr dazu habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Was mich mal interessieren würde, ist... Es beschweren sich alle über die Wahlen, aber was will man dagegen machen? Letztendlich hat auch die Bevölkerung gewählt und wenn sie so wählen, dann haben die die Gründe dafür, ohne diese Gründe zu bewerten und zu stellen beziehen. Ich finde einfach nur, dass es nichts mehr in der Mitte von nichts und rechts gibt. Aber ich gehe dann auch natürlich... Ich glaube, das ist sehr individuelle Wahrnehmung. Wie man solche Dinge letztendlich halt sieht, das ist ja ganz dem eigenen Wertekompass und dem eigenen politischen Spektrum, dem man sich zuordnet, geschuldet, wie man solche Sachen dann wahrnimmt, wa? Wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr? Begrüßt ihr das Aus der Ampel? Wie könnte es eurer Meinung nach weitergehen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr noch den Kanal der Kollegen von Die Da Oben. Dort wird es heute im Laufe des Tages auch ein Video zu diesem Thema geben. Und direkt ein Video darunter zur Frage, warum ist Olaf Scholz der Bundeskanzler eigentlich so unbeliebt? Schaut da auch gerne mal rein. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mirko, top Video. Sehr, 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 sehr gut. Macht Spaß. Gutes Ding.